Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier von mir, Let's Play E-Gamer und ich glaube wir sehen jetzt die finalen Parts von FunFancy13. Ich wünsche euch ganz 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 viel Spaß mit der nächsten Cutscene. Ja, ich bin gespannt, ob wir, ich hab noch ein bisschen was gelevelt und so, ob wir das schaffen werden, ich denke mal schon. Ähm, wird auf jeden Fall lustig. Äthertonicum noch und ich werde jetzt mal eben kurz was machen, denn jetzt sind wir sowieso kurz vorm Finale, jetzt kann ich die ganzen Dinger hier auch noch verbrauchen. Äthertonicum und so und subsidieren, los geht's. Ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Moment der Wahrheit, Hiro. Ja, ich bin gespannt. Yeah. Light's spark shines on, once freed from its fleshly shroud. Dodge! Sarah! Dreams, meanwhile, shatter in a flash. Dodge! No! Think. Where's the real Sarah? Hey, listen. It isn't real. It's just foul-seed smoke and mirrors. Yeah, they don't work wonders. They play tricks. At last, my errands-less see. Men fight men. Men battle beasts. Cocoon wars with pulse. There can be no end to such conflict. But Cocoon's end is imminent and inevitable. Will you not at least slay Orphan and make it quick as an act of mercy? Mercy? You mean murder. And Cocoon won't die. We're not here for that. We came for you. Such willful insults. Disappointing. You prolong Cocoon's suffering. And to what end? Refusing me, but condemns another to face your focus tomorrow. If you truly seek salvation, you will obey. Oh, wie sehr ich das viel vermisst hab, wa? Nein, nicht lebenssympathie. Bist du bekloppt. Was soll der jetzt? Der Scheiß. Ich kann sofort auf Blitzschlag gehen. Wir sind ja jetzt erstmal durch die Dinger gebufft. Von daher, Batondelos kriegt jetzt richtig aufs Fressbrett. So stark war ich noch nie gegen ihn. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich klopfe den ja richtig zusammen. Das ist ja richtig übel. Das hab ich noch nie geschafft. Dass der so schnell so die Leiste hochbekommt. Ja, Ultima ist jetzt auch egal. Mach mal. Ja, mach doch. Ist doch egal. So, hier, da. Fett Schaden fressen, mein Freund. Ja, so ist gut. Ja, 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 ja. Schön, 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 schön. Ja, der bekommt jetzt genau das, was er braucht. Na, das magst du, ne? Ja, mein Kleiner. Scheiße, was? Hm, Ultima. Okay, jetzt müssen wir einmal in Lebenssinfonie rein. Und zwar ganz schnell. Ja, alles hochheilen, was geht. So, Vidra, Vita, alles drauf. Gut, und weiter Blitzschlag. Blitzschlag, Blitzschlag. Hm, schön. Na, komm schon, Batendalus. Mach. Wehr dich. Komm, ich hab so viel trainiert, ne? Echt, alles für dich. Todesgelächter? Ja, mach doch. Und? Soll mich das jetzt kümmern? Da, bitte. Halben wir uns halt. Macht mir überhaupt nix. So, sehr schön. Ultima, okay. Nett. Macht mir gar nix. So, tschüss. Und Schockzustand. Nice. Und weißt du, was ich jetzt mach? Hier, beschwören. Edge. Ja, jetzt kriegst du richtig auf die Fresse. Na, komm, mein Freund. Mach doch. Los, du stehst doch drauf. Komm, wehr dich. Wehr dich. Los. Du magst doch, Odin. Du hast mir doch diese Kraft mitunter geschenkt. Also, komm. Was ist denn jetzt? Hm, dein Höhengelächter interessiert mich nicht. Odin, halt mich. Oh. Hm, oder auch nicht. Scheißtreig. Normalerweise heilt Odin mich. Egal. So, sehr gut. Haben wir dann auch nochmal gesehen, die schöne Animation. Und jetzt kriegt er halt so auf die Fresse. Ja, sehr gut. Schockzustand hört auf. Das heißt, jetzt können wir ihn nochmal in Schock versetzen. Hm, schön mit dem Automove drauf. Nice. Nice. Die Hälfte von ihm haben wir schon gecatcht. Sehr gut. Oh, nice. Oh, 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 oh. Komm, gibt das was? Ne. Ich glaub nicht, aber gut Schaden gemacht. Schön. So, jetzt einmal heilen. Oh, haben wir schon. Okay. Scharfer Sturm ist noch immer aktiv. Alles. Alles gebufft. Was geht? Ja, gut. War doch immer das jetzt gewesen sein soll bei Tondelus. Du wirst wohl alt. Wird Zeit, dass du dich zur Ruhe setzt. Na, komm. Wehr dich. Wehr dich, mein Freund. Komm, Tondelus. Wir sind doch alte Kumpels. Hä, hast du Bock? Na, komm. Ja, sehr schön. Zack, 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 zack. Ich weiß doch, dass du drauf stehst. Hä, da müssen wir uns noch nichts vormachen. Oh, oh. So, schnell Lebenssymphonie drauf. Das war knapp. Das war richtig knapp. Holy shit. Schön heilen, schön heilen, hochheilen. Klopp, alles, warte, ganz auf Snow. Mach ruhig alles auf Snow drauf, aber nicht auf die anderen. Nein, scheiße. Okay, die Buffs sind weg. Jetzt darf ich mich selbst um die Buffs wieder kümmern. Scheiß, Dreck. Mist. Ja gut, im Vergleich zu früher, äh, jetzt kann ich mich wenigstens buffen. Früher habe ich den Augmentor überhaupt nicht benutzt. Also von daher, heile ich mich eben hoch. Beziehungsweise müsste ich mich erstmal hochheilen. Scheiße. Das könnte kritisch werden. Hm. Kritisch, kritisch, kritisch. Alles hochheilen, was geht. Schneller. Schneller. Holy shit. Das könnte jetzt ganz schön hektisch werden. Ja, sicher. Ultima. Hm. Ich dachte, ich bin so OP. So ne Scheiße. Obwohl, im Vergleich, ja doch. Eigentlich muss ich jetzt nur darauf achten, die richtigen Paradigmen zu ziehen und dann ist er down. So, wieder hochheilen, sonst gehen unsere Buffs wieder weg. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja noch mehr Buffs haben. Komm schon, Hope. Ein bisschen Schnelligkeit kann ich schon mal jetzt von dir einfordern. Hm. Nice. Nice. Ja gut, da hast du auch was. Ja, das war jetzt auch nur ein Furz im Wind. Ultima ist ein Furz im Wind. So, schön. Hm. Mach mal. So, weiter hoch buffen, hoch buffen, hoch buffen. Komm schon, Hope. Und Lehm-Symphonie drauf. Oh Mann, komm mach. Nochmal weiter hochheilen. Jetzt kommt sein Ultima. Sehr gut. Hm. Mach mal. Ultima kommt. So. Und Blitzschlag. Ja, jetzt ist er down. Jetzt, im nächsten Schockzustand, ist er kaputt. Komm mach. Komm mach, wehr dich. Ja, Schock. Und, 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 und. Eigentlich down, oder? Komm. Nein. Natürlich ein Gelächter. Ja. Hoch buffen. Hoch buffen, Jungs. Komm. Komm, hochheilen. Schneller. Wir müssen Lightning hochheilen. Hochheilen. Scheiß Dreck. So, jetzt. Scharfer Sturm. Oh, der ist noch im Schock. Blitzschlag. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Oh, nice. Der ist noch immer. Komm. Wir haben genug Buffs noch drauf. Da können wir doch angreifen. Angreifen, angreifen, angreifen. Alles, was geht. Alles draufhacken. Alles draufhacken. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Und da müssen wir aufpassen. Nix da. Hochheilen. Schneller. Ja. Oh. Einmal kurz Waffen. Waffen. Nachbaffen. 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 Hochheilen. Das war Risiko. Boah. Alter. So risikohaft habe ich auch noch nie gespielt. Das war richtig knapp. Hm. Schön hochheilen. 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 Sehr gut. Und jetzt nachbaffen. Und Schaden machen. Damit die Schockleiste da bleibt. Das Höllengelächter ignorieren wir jetzt mal eben. Oder auch nix. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Meta-Fähigkeiten. Nach der Nummer eben Megavita. So. Und jetzt. Eigentlich. Splitschlag. Na komm her. Badondelus. Jetzt ist vorbei. Jetzt bist du dran. Komm. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Einfach nur platt machen. Alles jetzt drauf ballern. Was geht. Kommt schon. Nein. Scheiß auf sein Ultima. Drauf kloppen. Ja. Scheiß drauf. Ist kackegal. So. Schockzustand. Und Schaden machen. Schaden machen. Schaden machen. Alles drauf ballern. Was geht. Hm. Schön. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Immer feste drauf da. Komm. Der ist gleich weg. Wir zwar auch. Aber der ist gleich weg. Der hat nur noch 1% Schaden. Komm. Gib ihm. Nice. Hey. Put a lid on it. Release. Last release. It's done. All right. Bang. We did it, huh? Yep. It's a bird again. I hate the beginning. Yet in a small area of the same. What the? To flayer the shell and humans should not thrive. To stout the shell and they will not die. Slaughter and salvation. Two irreconcilable focuses we all. Yet bound were we in a cocoon prison impervious to our power. And so we thank you for granting us our long-for birth. Do I sleep? No. Not anymore. We will be a man who will not die. So. Dadurch das Batondolos jetzt ins Gras gebissen hat, ist jetzt Orphanus entstanden. Das ist halt jetzt so ein gegensätzlicher Pol. Aber die haben wohl auch gegeneinander gearbeitet oder so. Und ja, jetzt haben wir einen neuen Feind. Oh oh. Gnadenloser Richterspruch. Der catcht mich auf 1% glaube ich runter. Deswegen müssen wir Hitcher wieder heilen. Und zwar ganz schnell. Ganz schnell heilen. Holy shit. Hochheilen, hochheilen, hochheilen. Komm mach. Das geht gar nicht. So und jetzt kommen wir hier wieder scharfer Sturm. Uns hoch buffen. Dadurch, dass wir unsere Items ja nicht einsetzen konnten, müssen wir das Ganze halt so mit dem Augmentor regeln. Also ich sag gleich, ohne Augmentor hier ist das ein Krampf. Mit Augmentor geht's eigentlich. Boah, übel. So, weiter. Hoch buffen, hoch buffen, hoch buffen. Ja, wir machen gut Schaden. Dafür, dass wir nur zu zweit angreifen. Bastard. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Boah, Orphanus. Echt. Ich mein, mich zu erinnern, als ich den Kampf damals mit meiner Freundin gezockt hab, ist uns auch einmal das Spiel abgeschmiert. Da waren wir richtig mad. Da kamen wir nicht so easy durch wie jetzt. So. Komm, mach. Vielen Dank.